So, die Sonne ist mittlerweile aufgegangen. Wir sind in Buffalo und haben unsere Sachen rausgepackt. Dann wurde uns gesagt, nein, mit dem Bus fahren wir nach New York, also haben wir die Sachen wieder reingepackt. Und jetzt haben wir noch eine viertel Stunde Zeit, um etwas zu essen zu besorgen und noch schnell eine zu rauchen. Das heißt, das nächste ist Syracuse. I don't know where it is. Sorry. Ich war nicht so gut. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich bitte nicht, wenn wir die Sonne wieder neben dem Aufnahmen machen können.